Guten Morgen, mein Lieber Freunde. Guten Abend. Heute war Sonntag. Dün gördüğünüz-Gübü, wie meinem Arbamme vurmuşlar, kaçmışlar, weil es die Kinder nicht bırakmadı, ja kaliamadik adamlare. Weil das jemand gestern hat, mein Auto drauf gefahren. Ich weiß nicht, ob jemand vorfällig oder rückwärts drauf gefahren war und er hat mir mein Auto gehauen. Und ich weiß nicht, dass das Auto morgen in die Firma gehen, ob ich drin was beschädigt habe oder nicht. Aber trotzdem habe ich mich bei der Polizei gemeldet. Und das ist so lange, sagt man, interessant als Fahrerflug. Und wenn man das hat, weiß ich nicht, dass man so strafbar sein und früher sei abgeschoben. Aber so was darf man anders machen, ne? Oder? Kameramann? Darf man das überhaupt nicht machen? Wie darf man eigentlich nicht? Das ist scheiße, weißt du. Traufhauen, ganz viel Spaß. Das sind meine Lieblings Auto, meine Lieblings Auto, meine Lieblings Auto. So das ist immer, Like, Abonnis, Verget. Danke.